Hallo ihr Lieben, ich bin's Darwin und ich freue mich riesig, dass deine Charts heute bei dem Musikvideodreh von Was bleibt, sind wir dabei waren. Und hier bekommt ihr schon mal ein paar Eindrücke, exklusiv, nur für euch. Ja, wer ist nur auf die Idee gekommen, dieses Klavier auf ein Feld zu stellen? Im Winter, mitten im Winter? Ich natürlich. Aber es hat sich, glaube ich, echt gelohnt. Wir haben mega coole Aufnahmen gemacht und ja, auch wenn es kalt ist, es ist trotzdem geil, es lohnt sich. Ja, was soll ich sagen, es ist arschkalt, wirklich. Ich bin so am Frieren, meine Hände sind schon so steif, dass wir erstmal die Szenen gemacht haben für die Hände. Ich weiß, dass wir uns nie mehr verlieren, was auch passiert. Was bleibt, sind wir? Was bleibt, sind wir? Und die Erinnerung hat unsere Zeit. Jeder Augenblick, der für uns steht. Wie unsere Freundschaft, die nie vergeht. Was bleibt, sind wir? Ja, es war wirklich grandios. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank vor allen Dingen an alle Helfer, die hier mit mir in der Kälte draußen gefroren haben. Das 350 schwere Kilo schwere Klavier, ich kann gar nicht mehr reden, nach draußen aufs Feld geschleppt haben. Wirklich vielen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.